Heute stellen wir euch eine interessante Drittanbietererweiterung für Instagram vor. Es hört auf den tollen Namen Instagram++ und ist die klassische Instagram-App mit der ein oder anderen Zusatzfunktion. Wir zeigen euch, wie ihr Instagram++ installiert und welche Funktionen ihr danach nutzen könnt. Als erstes müsst ihr euer normales Instagram löschen. Dann besuchen wir die Website hypersigner.io und installieren hier Instagram++ with Push-Notification. Jetzt müsst ihr in den Einstellungen den Entwicklern der App vertrauen. Andererseits wird die App nicht mal auf eurem iPhone geöffnet. Dazu gehen wir in die Einstellungen und unter Allgemein suchen wir die Geräteverwaltung und vertrauen dann der Translane Group. Jetzt habt ihr Instagram++ auf eurem iPhone installiert und müsst euch nur noch einloggen. Ihr habt die Möglichkeit euren Newsfeed anders darstellen zu lassen. Anstatt jedes Bild einzeln wegscrollen zu müssen, habt ihr hier mehrere Bilder auf einmal in der Übersicht. So geht das Scrollen definitiv schneller. Um das Layout zu ändern, müsst ihr nur auf das Wort Instagram oben im Reiter klicken. Genauso macht ihr das auch wieder rückgängig. Besucht unsere Website www.iphone-tricks.de für weitere Tipps und Tricks rund um das Thema iPhone. Und für all die, die gerne liken und abonnieren, hier ist ein Button zum Liken und Abonnieren. Bis zum Liken! Bis zum Liken! Vielen Dank.